Ja und damit herzlich willkommen zurück bei Lucky Survival Games Minecraft Lucky Survival Games mit Anne Lemus Hallo Hallo Anne Hallo Die Frage ist Läuft man einfach jetzt Es ist immer so die Frage Aber mit Glück kriegt man schon immer ein bisschen was aus den Kisten in der Mitte Ich hab dem gerade hier die Kiste weggeschnappt Das war ganz schön fies von mir Was hast du so? Zwei Holzschwerter und ein Steinschwert Nice wo bist du? Wer zu sagen? Ich möchte dich sehen Wie die immer schon ausscheiden nach der Vorbereitungsphase einfach Wenn die nichts haben gehen sie wahrscheinlich raus Ja Ganz schön frech finde ich Hast du was zu essen? Was hab ich jetzt? Ja ich hab ein Hemd und Du hast noch was oder? Was? Du hast noch Ich hab noch ja Also du lebst noch mein ich Ja ja Müssen wir uns nur Ach hier ist das wieder die Map wo ich letztes Mal so lange auf dem Dach rumgehaffelt habe Müssen wir uns nur finden Hm Vielleicht finden wir uns ja zufällig Mit Chance Du bist ein Schwamm Das ist ein Kuchen Da ist bestimmt Tee drin oder? Einfach essen Hm Ne Keine Ahnung Da ist noch einer Noch ein Holzschwert Ich kann die ganze Armee versorgen mit meinen Schwertern Oh ich hab Essen gef- also ein Schwamm gefunden der ein bisschen Fleisch getroppt hat Drei Schwämme Ach du Scheiße jetzt hab ich so ein komisches Pumpkin-Ding auch Und ich hab Nacht gemacht Na toll Ich hab ein Steinschwert noch für dich Äh brauchst du nicht Ich brauch eine Workbench Und dann hab ich zwei Diamantenschwerter Uh Nice Ich bin also jetzt zurück aufm Weg zum Spawn Bist du beim Spawn oder was? Ich bin aufm Weg dahin Wenn ich jetzt wüsste wie ich da wo der ist Würde ich ja sagen ich komm zu dir Ist aber leider vergessen So viele Schwämme die noch da sind hier Auf dem Map sind sowieso gefühlt ziemlich viele Schwämme War hier der Spawn? Der ist bei dem großen Gebäude der Spawn Ach da ist so viel Ja ich bin jetzt gerade bei dem großen Gebäude Aber ich glaube ich bin auf der anderen Seite Ich bin auch beim großen Gebäude Innen drin bin ich Oh nice Jackpotkiste Jemand Schweinschwert Eisen Brauch leider noch ne Rüstung Sonst Ich hoffe dass ich in die richtige Richtung lauf Oh hier geht's Treppen hoch Treppen hoch ist immer schlecht Ich brauch nur ne Workbench Oh jetzt bin ich plötzlich schnell Wo ist der Spawn Also ich geh jetzt mal in dieses riesige Gebäude rein Falls ich da irgendwie reinkomme Oh Honeyfu ist ausgeschieden Honeyfu ist ausgeschieden Oh nein Ich weiß ja nicht ob ich sie übers Herz bringen würde Honeyfu zu töten Ich würde sie leben lassen Bis zum Finale Im Finale würde ich sie killen Im Finale würde ich dich auch killen Was Ja aber erst wenn wir beiden die letzten sind Jetzt ne Rüstung hier Komplette Rüstung Aaaaaaah Federmäuse Da ist der Spawn Ich hab nen Tintenfisch aufm Kopf Die Frage ist wo ist die Workbench hier beim Spawn Da ist sie Okay Hast du zwei Dia-Schwerter oder wie? Äh Ich könnte mir zwei machen Aber will ich das? Ja Why not Wenn ich dich finde Dann läuft's auf jeden Fall Ähm Sonst kann ich mir nichts machen Oh ich bin tot Ich bin dir das Loch gefallen Du bist tot? Ja Dieses Loch hat sich aufgetan Honeyfu ist ausgeschieden Okay Die Kisten wurden wieder gefüllt Schade Es lief gar nicht so schlecht Glaube ich zumindest Brauchst noch Rüstung oder? Mhm Wird's ja wohl Rüstung geben Hier Einen Helm hab ich nicht Muss ich mir irgendwo nen Helm suchen Ich hab auf jeden Fall massig Essen Hab ich die Kisten alle jetzt gelootet schon? Nicht dass ich jetzt hier nen Helm vergesse So die ganzen Holzschwerter und sowas Können die alle selber benutzen Aber wenn du so Je mehr Waffen du nimmst Je weniger Waffen haben sie Du könntest die irgendwo ins Wasser schmeißen Einfach oder so Ach das sind Holzschwerter Ich hab zwei Dia-Schwerter Kannst du nicht wie Zorro einfach mit zwei Schwertern kämpfen? Das wär geil So wie bei Crazy Blocks damals Oder mit drei Genau Tut's ging Obwohl konnte man da auch mit zwei Waffen kämpfen? Oder war das nur für Werkzeuge? Ne es waren zwei Schwerter Es waren drei, vier und sechs, sieben Leute leben noch Aber du weißt nicht wo Ja doch Ich kann's mir natürlich sagen Aber Das hat nen Sattel Ich weiß es Da war wahrscheinlich ein Block Den einer dann Hier da rechts ist ein Spunsch Genau da Ne links 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 Ja Jetzt hast du nen Tittenfisch auf dem Kopf Da oben sind auch noch ein paar Wenn man hier hochkommen würde Genau Rechts vom Wasserfall ist eine Hier irgendwo, oder? Ja Noch ein weites Stück Kleines Stück weiter Und dann nach links Genau Richtig Hm Hanifu sagt Du bist echt ein wahrer Goldjunge mit der Rüstung Ich bin immer ein wahrer Goldjunge gewesen Da unten ist noch ein Schwamm Wo? Äh Runter Und dann bei diesem kleinen See zwischen den Häusern Genau Hat das was gebracht? Oh und da Wenn du geradeaus weiterläufst Hinter dieser Wand Irgendwo durch Durch die Wand Ich hab nen Stick mit Knockback gekriegt Nen Stick Ah Ach da ist ne Kiste noch Warte mal Wie kommst du da hin? Ähm Am besten du gehst mal raus Navigationssystem Wo bist du denn? Da ist ne Kiste Ich will, dass du die Kiste holst Wo denn? Bist du jetzt draußen? Ja Ja, dann musst du mal Um das Haus rum einmal Genau Da Dann da hoch Wenn's irgendwie geht Da ist erstmal dann noch ein Schwamm Kommst du irgendwie von dem Block auf Muss doch gehen Nee, hier komm ich nicht hoch Du musst ganz außen rum gehen Doch, warte mal Geh mal ein Stückchen weiter Da sind so Blätter Da kommst du hoch Genau da Da kommst du hoch Dann ist da erstmal ein Schwamm Genau Okay Dann gehst du links Genau da hoch Und dann Äh genau An dem Haus vorbei Also um diesen Turm rum Hier Und da unten ist jetzt ne Kiste Genau Rechts Unten ist ne Kiste Und? Hm Nix Na, ne Ne Lederhose noch Ich hab ja besseres Äh Dann gegenüber in dem Gebäude Ist noch ein Schwamm Alle Kisten wurden neu befüllt Ja, dann guck nochmal rein Jetzt ist da noch weniger drin Ist hier irgendwo ein Schwamm? Ich bin ja voll ausgerüstet Ich muss jetzt irgendwelche Leute killen Genau da Rüber Einfach auf die andere Seite Gegenüber in das Gebäude rein Da ist auf jeden Fall noch ein Schwamm In ersten Stock Genau Und dann Warte Adi, du musst die Leitern nochmal hoch Glaub ich Ne, wie kommt man denn da hin? Ist auch egal Hier draußen gibt es auch nochmal einen Es sind immer noch zu viele Leute für Deathmatch, oder? Ja Da oben ist auch noch einer Auf der Mauer Dazwischen den Dingern Ich weiß aber nicht, wie du da hinkommst Ich wurde jetzt geportet irgendwie Du? Ne Das Deathmatch startet in 60 Sekunden Ja gut Ich habe keinen Bogen Ein Bogen wäre noch geil gewesen Ja, oder Enchantment für dein Schwert Ja Futter Aber ich glaube auch so bin ich Wenn du die Mauer entlang weiterläufst, dann findest du noch einen Schwamm Genau, da ist noch einer Und dann rechts Oh Kriege ich nicht den Schreck Dann rechts Dann genau, da ist noch einer Nice Sekunden Goldboots sind nicht besser als Eisen, ne? Ne Naja gut Oh, jetzt im näheren Umkreis sehe ich jetzt keinen Schwamm mehr Sollte schon passen Okay Du kannst das grobe, ich glaube an dich Finale 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 Oh nein Wer hat ein verzaubertes Schwert? Wo ist dein Schwert? Was machst du? Wo ist dein Schwert raus? Ja, schade Oh, so close Ich musste mich noch heilen Gigi Leute, Gigi Ich bin es weiter geworden Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Ciao Bis zum nächsten Mal Ciao Das war's für heute.